Sie hören Putins Krieg – Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen von Katrin Eigendorf, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Vorwort. Krieg ist immer ein Bruch mit der modernen Zivilisation. So jedenfalls habe ich es in meiner Arbeit in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt stets erlebt. Sei es das brutale Vorgehen der russischen Armee in Tschetschenien oder der andauernde Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, die immer wiederkehrende Gewalt und der fortwährende Terror im Nahen Osten, die Vertreibung der Taliban von der Macht und ihre Rückkehr 20 Jahre später oder Russlands Einmarsch in Georgien 2008. So unterschiedlich diese Konflikte sind und waren, immer hatte ich als Reporterin das Gefühl, dass die Brutalität und das damit verbundene Leid eine schmerzhafte Renaissance eines Zeitalters sind, das wir allmählich überwinden würden. In all diesen Jahren habe ich es immer als großes Privileg empfunden, in eine sichere Welt zurückkehren zu können. In ein Land, das für immer aus seiner Geschichte gelernt hat, das den Hass zwischen den Nationen in die Geschichtsbücher verbannt hat. Der Krieg in der Ukraine hat alles verändert. Kein Ereignis habe ich in den fast 30 Jahren, die ich als Reporterin arbeite, als so bedrohlich und einschneidend auch für unser Leben und unsere Zukunft empfunden, wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist ein Krieg, in dem es um fundamentale Fragen geht. In welcher Welt werden wir künftig leben? Welche Werte und Grundsätze sehen wir als unverrückbar und damit auch als global gültig an? Sind Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und Frieden die Resultate eines Fortschritts, den zu verteidigen wir bereit und imstande sind? Oder werden sich totalitäre Regime wieder auf brutale Art und Weise über alles hinwegsetzen können, was wir als Fundament unserer europäischen Friedensordnung betrachten? Werden Autokraten auch in Europa wieder Völker vereinnahmen und unterjochen können? Es sind Fragen, die sich die Menschen in Deutschland lange nicht gestellt haben, weil wir glaubten, dass es dafür keinen Anlass gäbe, weil uns das Vorstellungsvermögen fehlte, dass ein solcher Zivilisationsbruch wie Russlands Überfall auf die Ukraine im 21. Jahrhundert in Europa noch möglich ist. Mit dem Fall der Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 kam Hoffnung auf, dass die Welt ein Stück friedlicher und sicherer werden könnte. Wladimir Putins Auftritt vor dem Deutschen Bundestag im September 2001, in dem der russische Präsident in deutscher Sprache von gemeinsamen Aufgaben und Herausforderungen für die Zukunft sprach, schien eine neue Ära der Annäherung und Zusammenarbeit einzuleuten. Doch zu dieser Zeit hatte der russische Präsident bereits mit dem Umbau seines Landes begonnen, indem er eine Konzentration von politischer Macht auf die Kreml-Elite bewirken wollte, um eine zügellose Kleptokratie abzusichern. Lange, viel zu lange hat die Welt und haben auch wir in Deutschland darüber hinweg gesehen, was da in Russland gärte, weil das, was geschah, so ganz und gar nicht mehr in die Zeit zu passen schien. Das liegt wohl auch daran, dass uns der Osten Europas immer fern und fremd war und ein Stück weit auch unergründlich. Es ist eine Mischung aus mangelndem Interesse und Vorstellungsvermögen, Ignoranz und Wunschdenken, die zu den vielen Fehleinschätzungen in der deutschen Russlandpolitik geführt hat. Die Konsequenzen werden künftig bitter spürbar sein. Dabei war vieles erkennbar, hätten wir es nur sehen wollen. Dass Wladimir Putins politisches Denken nicht in die Zukunft, sondern rückwärts gewandt ist, wurde deutlich, als er den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete. Das war 2005. Dass sich der russische Präsident im Krieg mit dem Westen, allen voran den USA, sieht, ist spätestens seit seinem legendären Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007 klar. Damals machte Putin unmissverständlich deutlich, dass sein Land die vermeintliche Dominanz Amerikas und auch der NATO als Bedrohung wahrnimmt. Doch die wirkliche Gefahr sieht Putin nicht für sein Land, sondern für sein Regime. Vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, wie sehr die Kreml-Elite den arabischen Frühling und den damit verbundenen Sturz von Diktaturen, anders als der Westen, als Bedrohung wahrgenommen hat. Was, wenn Aufstände wie in Tunis, Kairo und Tripoli auch auf Moskau überschwappen? Tatsächlich begannen in Russland 2011 die größten Massenproteste seit dem Ende der Sowjetunion. Die Demonstranten gingen nicht nur wegen Wahlfälschungen auf die Straße, sondern vor allem wegen Wladimir Putins Anspruch, dauerhaft an der Macht zu bleiben. Das Regime schlug zurück. Festnahmen und drakonische Gefängnisstrafen für seine Gegner und Kritiker, die weitere Einschränkung der Pressefreiheit und nicht zuletzt das Verbot von ausländischen Organisationen sorgten dafür, Putins Macht im Inneren zu sichern. Fortan kam aus Sicht des Kreml die Bedrohung zunehmend auch von außen, von der NATO und Europa, vor allem aber vom Erzrivalen des Kalten Krieges, den USA. Geprägt von den Ereignissen des arabischen Frühlings verfolgte Putin im Konflikt mit dem Westen eine Strategie, die nicht neu ist, aber von Moskau zum ersten Mal mit weitreichenden Konsequenzen eingesetzt wird. Hybride Kriegsführung. Die 2010 formulierte Militärdoktrin setzte auf die Effektivität von nicht-militärischen Mitteln. Information als Waffe, Nutzung des Protestpotenzials einer Bevölkerung. In dieser Militärdoktrin wurde erstmals auch die Bedeutung von Söldnertruppen genannt. Es waren Männer aus dem engsten Netzwerk Putins, die beauftragt wurden, neue Strukturen zu schaffen. Einer der bekanntesten, Yevgeny Prigorshin, trägt den Spitznamen Putins Koch. Russische Journalisten und Journalistinnen haben detaillierte Beweise dafür zusammengetragen, dass Prigorshin der Drahtzieher hinter dem Aufbau einer sogenannten Trollfabrik mit Sitz in St. Petersburg war, die seither vor allem in sozialen Medien mit einer Flut von Posts und Kommentaren zur virtuellen Kriegsführung beiträgt. Die amerikanische Justiz hat 2018 Anklage gegen Prigorshin erhoben, weil er 2016 die Wahl in den USA durch den Einsatz seiner Trollfabrik massiv zugunsten von Donald Trump beeinflusst haben soll. In der Ukraine erleben wir seit 2014 gar den ersten Informationskrieg der modernen Geschichte. Eine Entwicklung, die den Westen leider weitgehend unvorbereitet traf und auch uns Reporter und Reporterinnen vor eine neue Herausforderung stellte. Als ich im November 2013 über die Protestbewegung des Maidan berichtete, wurde mir das schnell klar. Wir sahen uns plötzlich mit den Narrativen von professionellen Propagandisten und Propagandaplattformen konfrontiert, nicht selten als Journalisten und als Medien getarnt. Putin bezeichnete die Ereignisse in Kiew 2014 als faschistischen Umsturz und sprach von der Machtergreifung einer Junta. Ein Narrativ, das mit der Realität wenig gemein hatte, genauso wenig wie die vermeintliche Bedrohung Russlands durch die NATO, die auch in unserer öffentlichen Debatte verfing. Zweifel kamen auf. Hatten die Reporter und Reporterinnen westlicher Medien die Maidan-Proteste verklärt und dabei die Rolle der rechtsradikalen Gruppen für den Sturz der Regierung verschwiegen? Musste man nicht verstehen, dass sich die überwiegend russischsprachigen Bürger im Osten des Landes von Kiew abspalten wollten, weil sie sich Russland näher fühlten als Europa? Waren die Ukrainer wirklich ein eigenständiges Volk? Es war dieser erfolgreiche Informationskrieg, der es Putin ermöglichte, 2014 zunächst die Krim zu annektieren und dann Teile der ostukrainischen Regionen Donetsk und Luchansk zu sogenannten Volksrepubliken zu machen. Dabei nutzte der Kreml sehr gezielt das Grundprinzip von Medien in einer Demokratie, stets auch die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. So wurde die Lüge zum Teil der Wahrheit. Oder anders gesagt, wenn die Wahrheit wie beim Abschuss des Malaysia Airlines Fluges MH17 zu grausam war, dann wurden wir mit so vielen Versionen und Lügen konfrontiert, dass am Ende auch die Wahrheit als Lüge erschien. Immer wieder musste auch ich mich für meine Berichterstattung rechtfertigen, auch wenn das, was ich berichtete, längst bewiesen war. Mit seiner Desinformationsstrategie erreichte der Kreml in den deutschen Redaktionen genau das, was er erreichen wollte. Zweifel, Verunsicherung, Ungewissheit. Die russische Desinformationspolitik traf auch die großen deutschen Medienhäuser unvorbereitet. Die Zeitenwende, von der Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 sprach, hätte früher kommen müssen. Erst mit der für alle Menschen offensichtlichen und nicht mehr abstreitbaren militärischen Invasion Russlands in der Ukraine sind die Zweifel, die Verunsicherung und Ungewissheit weitgehend verschwunden. Putin und der Kreml haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Und sie haben unterschätzt, wie stark die Kraft der Bilder und der wahren Geschichten vor Ort die Dynamik verändern würden und wie wenig ihre Trollfabriken authentischen und echten Bildern entgegensetzen können, wenn Aufnahmen von Smartphones mit einem Klick in alle Welt geschickt werden können. Wohl nie war es deshalb für uns Journalisten und Journalistinnen so wichtig, vor Ort professionelle Zeitzeugen zu sein, um von der Brutalität, dem Leid und den Konsequenzen des Krieges zu berichten und dies alles einzuordnen. In diesem Buch möchte ich meine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen schildern, die ich in den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine gemacht habe. Von meinen Begegnungen mit Flüchtlingen in den Bahnhöfen des Landes und mit Familien, die wochenlang in Metrostationen zugebracht haben, bis zu den Verbrechen russischer Soldaten in Butscha, Irpin und vielen anderen Städten rund um Kiew. Aber es geht auch um positive Geschichten, die von Solidarität und dem Eintreten der Menschen füreinander zeugen und von ihrem Mut. Im Krieg zeigen Menschen nicht nur ihre hässlichsten, sondern auch ihre schönsten Seiten. Auch davon handelt dieses Buch. Es beginnt am Tag vor den ersten Angriffen auf die Ukraine und führt an die Orte, die ich in den darauffolgenden Wochen und Monaten besucht habe. Ich versuche, meine persönlichen Erlebnisse einzuordnen, indem ich auf meine Erfahrungen zurückgreife. Aus fast einem Jahrzehnt in Russland, aus vielen Reisen in die Ukraine seit 2014, aus Erlebnissen in anderen Konflikten und Kriegen. Es ist ein subjektiver Blick, geprägt von meinem eigenen Hintergrund. Dies immer wieder klar zu benennen, ist wichtig. Es gibt keine objektive Darstellung der Realität. Deshalb, davon bin ich überzeugt, müssen auch wir Journalisten immer wieder deutlich machen, wie wir zu unseren Einschätzungen kommen. Das ist die wichtigste Waffe gegen die gezielte Desinformation. Ich habe gleichwohl dieses Buch mit dem Ziel geschrieben, dass wir mit einem anderen, realistischeren Blick auf das schauen, was in der Ukraine, was in Russland geschieht und was es für uns bedeuten könnte. Es ist ein Krieg, in dem ein autokratisches Regime seine Soldaten dazu benutzt, ein Volk zu unterjochen, ganz gleich, was es kostet. Tausende Russen und Ukrainer haben ihr Leben verloren und viele werden noch folgen. In der Ukraine entscheidet sich, in welcher Welt wir leben werden. Deshalb ist es so wichtig, diesen Krieg und seine Ursachen genau zu dokumentieren und zu verstehen. Nur auf dieser Grundlage können wir künftig über unser eigenes Handeln in Deutschland, aber auch als Europäer entscheiden. Berlin, 15. Juli 2022 Die russische Desinformationspolitik traf auch die großen deutschen Medienhäuser unvorbereitet. Die Zeitenwende, von der Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 sprach, hätte früher kommen müssen. Erst mit der für alle Menschen offensichtlichen und nicht mehr abstreitbaren militärischen Invasion Russlands in der Ukraine sind die Zweifel, die Verunsicherung und Ungewissheit weitgehend verschwunden. Putin und der Kreml haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Und sie haben unterschätzt, wie stark die Kraft der Bilder und der wahren Geschichten vor Ort die Dynamik verändern würden und wie wenig ihre Trollfabriken authentischen und echten Bildern entgegensetzen können, wenn Aufnahmen von Smartphones mit einem Klick in alle Welt geschickt werden können. Wohl nie war es deshalb für uns Journalisten und Journalistinnen so wichtig, vor Ort professionelle Zeitzeugen zu sein, um von der Brutalität, dem Leid und den Konsequenzen des Krieges zu berichten und dies alles einzuordnen. In diesem Buch möchte ich meine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen schildern, die ich in den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine gemacht habe. Von meinen Begegnungen mit Flüchtlingen in den Bahnhöfen des Landes und mit Familien, die wochenlang in Metrostationen zugebracht haben, bis zu den Verbrechen russischer Soldaten in Butscha, Irpin und vielen anderen Städten rund um Kiew. Aber es geht auch um positive Geschichten, die von Solidarität und dem Eintreten der Menschen füreinander zeugen und von ihrem Mut. Im Krieg zeigen Menschen nicht nur ihre hässlichsten, sondern auch ihre schönsten Seiten. Auch davon handelt dieses Buch. Es beginnt am Tag vor den ersten Angriffen auf die Ukraine und führt an die Orte, die ich in den darauffolgenden Wochen und Monaten besucht habe. Ich versuche, meine persönlichen Erlebnisse einzuordnen, indem ich auf meine Erfahrungen zurückgreife. Aus fast einem Jahrzehnt in Russland, aus vielen Reisen in die Ukraine seit 2014, aus Erlebnissen in anderen Konflikten und Kriegen. Es ist ein subjektiver Blick, geprägt von meinem eigenen Hintergrund. Dies immer wieder klar zu benennen, ist wichtig. Es gibt keine objektive Darstellung der Realität. Deshalb, davon bin ich überzeugt, müssen auch wir Journalisten immer wieder deutlich machen, wie wir zu unseren Einschätzungen kommen. Das ist die wichtigste Waffe gegen die gezielte Desinformation. Ich habe gleichwohl dieses Buch mit dem Ziel geschrieben, dass wir mit einem anderen, realistischeren Blick auf das schauen, was in der Ukraine, was in Russland geschieht und was es für uns bedeuten könnte. Es ist ein Krieg, in dem ein autokratisches Regime seine Soldaten dazu benutzt, ein Volk zu unterjochen, ganz gleich, was es kostet. Tausende Russen und Ukrainer haben ihr Leben verloren und viele werden noch folgen. In der Ukraine entscheidet sich, in welcher Welt wir leben werden. Deshalb ist es so wichtig, diesen Krieg und seine Ursachen genau zu dokumentieren und zu verstehen. Nur auf dieser Grundlage können wir künftig über unser eigenes Handeln in Deutschland, aber auch als Europäer entscheiden. Berlin, 15. Juli 2022 In einer grotesk anmutenden Inszenierung bitten die beiden Separatisten-Führer aus dem Donbass, Leonid Pasechnik und Denis Puschilin, den russischen Präsidenten im Kreml um Hilfe, einen angeblichen Genozid in der Ostukraine zu beenden. Wer da wen umbringt, bleibt offen, jegliche Beweise fehlen. Aber es ist in diesem Moment unmissverständlich klar, hier wird Geschichte geschrieben. Es ist eine Zeitenwende, eine Zeitenwende nach Machart des Wladimir Putin. Alles, was einen brüchigen Frieden oder einen vergessenen Krieg in Schach halten sollte, ist nunmehr Geschichte. Russland verabschiedet sich von den Minsker Abkommen, die es selbst unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich mit der Ukraine in der belarussischen Hauptstadt 2015 vereinbart hatte, damals mit dem Ziel, einen Waffenstillstand und Frieden herzustellen. Der russische Präsident macht in dieser Fernsehansprache am 21. Februar 2022 auch klar, dass das Völkerrecht für ihn keine Geltung hat. Der Kreml erkennt nun die abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luchansk, als unabhängige Staaten an und spricht zugleich der Ukraine ihre staatliche Souveränität ab. Putin erklärt, die moderne Ukraine sei von Russland erschaffen und nie ein eigenständiger Staat gewesen. Die Ukraine ist nicht einfach ein Nachbarland, sie ist integraler Bestandteil unserer Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Kontinuums. Wie die Separatistenführer wirft auch er der ukrainischen Regierung vor, einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung zu begehen. Und damit nicht genug. Am nächsten Tag lässt Putin sich vom russischen Parlament autorisieren, die Armee auch außerhalb Russlands einzusetzen. Die Überraschung, das Entsetzen im Westen sind groß. Dabei ist es längst nicht das erste Mal, dass Wladimir Putin die staatliche Souveränität des Nachbarlandes infrage stellt. Seine Überzeugung, die Ukraine sei ein Teil Russlands, ist fester Bestandteil seiner Vision eines Russkimir, einer russischen Welt, deren Machtzentrum Moskau ist, in der Ukrainer und Russen eine Einheit bilden, ein Volk sind. Es hatte viele Anzeichen für dieses geradezu faschistoide Denken eines Staatsführers gegeben, der in Formen der staatlichen Expansion denkt, die Europa überwunden zu haben glaubte. Nur die amerikanischen Geheimdienste schienen verstanden zu haben, worauf es hinaus lief, und scheuten sich auch nicht, das zu kommunizieren. Die US-Regierung hatte seit Wochen davor gewarnt und noch am 11. Februar erklärt, militärisch habe Russland alle Vorbereitungen für einen Angriff auf die Ukraine getroffen. Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen, von Katrin Eigendorf, ein Hörbuch des Argon-Verlags.